Buenos Dias, ein ganz herzliches Willkommen hier aus meinem Bad. Wir starten heute wieder gemeinsam in den Tag, allerdings mit meiner Haarpflegeroutine, denn ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr oft die Frage gestellt bekommen, welche Haarpflegeprodukte ich denn benutze, wieso meine Haare so gesund ausschauen, obwohl ich die ja so oft umfärbe. Ihr wisst ja, die Maida ist da ein bisschen crazy. Im Sommer habe ich total Lust auf helle Haare, gestrebte blonde Haare und im Winter packt es mich einfach und dann habe ich wieder so richtig Lust auf dunkles Haar und ja, wir brauchen darüber nicht zu diskutieren. Die Haare leiden natürlich dran, gerade Längen und Spitzen werden sehr, sehr trocken und deshalb muss man auch was dafür tun. Und ich habe hier jetzt die Pomelo Serie, die meine Haare unglaublich gut pflegen. Also meine Haare schauen wirklich sehr gesund aus. Also nicht nur durch die Bilder bei Insta oder hier über die Kamera, die schauen echt gesund aus, weil die Produkte meinen Haaren wirklich unglaublich gut tun. Die haben super gute, tolle natürliche Inhaltsstoffe, tolle Öle, sehr hochwertige Öle sind dabei. Pomelo ist 100% vegan, frei von schädlichen Inhaltsstoffen, keine Sulfate, keine Parabene und deshalb bin ich natürlich sehr, sehr begeistert. Und wie ihr wisst, ist das ja auch immer bei mir so, dass ich lange Zeit ein Produkt erstmal testen möchte. Ich möchte mich davon selbst zu 100% überzeugen, um die dann eben zu bewerben. Ihr wisst ja, ich benutze Pomelo schon einige Jahre. Ich habe euch die auch schon mal über Instagram gezeigt und ich bin wirklich sehr, sehr happy. Die haben übrigens jetzt auch neue Verpackungen und verschiedene Serien, je nach Haartyp. Wie ihr wisst, habe ich gefärbtes Haar und deshalb habe ich hier mit einmal die Color Lock. Serie, hier in Lila, eine wunderschöne Verpackung. Beginnen wir hier am besten mal mit der Haarmaske. Und zwar ist es eine transformative, farbschützende Haarmaske, zusammengesetzt aus veganen Proteinen und enthält Macadamia-Nüsse. Ich liebe diese Haarmaske, weil die wirklich wunderbewirkt. Nach nur einer Anwendung schauen meine Haare wirklich aus wie neu geboren. Ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen und ich finde, ihr müsst die Produkte wirklich auch selbst mal ausprobieren, um euch davon zu überzeugen. Was ich euch hier erzähle. Es ist wirklich so, dass meine Haare danach total glänzen und so gesund ausschauen. Also es ist wirklich der Hammer. Und vor der Anwendung, also vor Gebrauch, lege ich die Haarmaske immer 10 Minuten in den Kühlschrank. Anschließend nehme ich so eine Haselnussgröße und verteile die Haarmaske in den Längen und Spitzen ins trockene Haar und lasse das Ganze 20 bis 30 Minuten einwirken. Und ich genieße es total, weil in diesen 20 Minuten, während die Haarmaske einwirkt, habe ich auch für mich Me-Time und gönne mir das einfach mal, meine Nägeln zu lackieren oder mich zu schminken. Und ihr wisst ja, wie das uns als Mama ist, ist das nicht immer möglich. Und ich finde, wir Frauen und wir Mamas haben es einfach mal verdient, uns 20 Minuten für uns zu gönnen. Und das tue ich dann auch ganz gerne. Ja, ich liebe diese Haarmaske. Anschließend wasche ich die Haarmaske ganz normal mit dem Color-Lock-Shampoo aus. Übrigens könnt ihr mit meinem Code Myra Joanne bei Pomelo unglaublich viel sparen. Also wirklich sehr, sehr viel. Ich schreibe euch alle weiteren Informationen unten in der Infobox. Das hier ist jetzt der Color-Lock-Shampoo. Und zwar ist es ein hitzeschützendes Shampoo, ein farbschonendes Shampoo. Und hier ist auch Kaktusfeige drinnen enthalten und Pro-Vitamin B5. Also ganz normal ins nasse Haar auftragen, schön einmassieren, gerade an den Ansätzen und dann einfach mit warmem Wasser ausspülen. Nach dem Schamponier benutze ich hier immer das Cosmic Shine. Das ist der Color-Lock-Conditioner. Hier ist Feigenextrakt mit drinnen enthalten und baub Samenöl. Es ist auch ein hitzeschützendes und farbschonender Conditioner. Nach dem Schamponieren, wie gesagt, gebe ich das in die Längen und Spitzen, lasse es zwei bis drei Minuten einwirken und spüle das dann wieder mit Wasser aus. Nach dem Waschgang benutze ich sehr, sehr gerne, also es ist für mich fast unerlässlich geworden, hier dieses Live-In-Conditioner-Harspray. Das gebe ich mir ins nasse Haar. Dann anschließend einfach die Haare durchkämen und wie gewohnt die Haare föhnen oder stylen mit dem Glätteisen. Das hier hat natürlich auch eine hitzeschonende Eigenschaft. Ganz, ganz wichtig vor dem Glätten, wie ich finde. Und hier ist Nachtkerzenöl mit drin enthalten. Kommen wir zu dem letzten Step und zwar liebe ich dieses Produkt. Oh mein Gott, es ist so, so toll. Ich möchte darauf niemals wieder verzichten müssen. Das ist das Vanilla Elixir. Das ist ein Haarserum. Ich gebe das immer in die Längen und Spitzen, wenn meine Haare noch nass sind, bevor ich die style. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Serum ins trockene Haar einzuarbeiten, wenn die fertig gestylt sind. Es ist wirklich eine äußerst nährende Ölmischung mit Hagebutter und Vitamin E. Wirklich super, super reichhaltig und pflegend. Und ja, ich liebe dieses Produkt total. Ihr müsst euch von den Produkten wirklich selbst überzeugen. Testet die einfach. Ich finde die unglaublich toll. Ich liebe es, was die Produkte mit meinen Haaren machen. Ich konnte auch eine Veränderung feststellen, gerade weil ich die ja so oft umfärbe und die eher trocken sind. Also die Längen und Spitzen. Und gerade diese Maske ist so, so toll. Also wow, man sieht wirklich sofort eine Veränderung. Also das ist wirklich der Hammer. Und ich habe diese Haarmaske übrigens auch schon ganz, ganz oft weiter verschenkt, weil es so gut ankommt. Und jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Also vielleicht ist das für euch auch eine Idee, dass ihr diese Produkte auch weiter verschenken könnt. Weil ich glaube, jede Frau freut sich darüber. Oder jede Mama, Schwester oder Freundin. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier meine Haare weiter und dann sehen wir uns im Anschluss. Und ich zeige euch noch das Endergebnis meiner Haare. So meine Lieben, ich habe meine Haare fertig gestylt. Und wie ihr sehen könnt, meine Haare schauen super gesund aus. Die glänzen unfassbar schön. Und ich liebe einfach Komelo-Produkte. Ich kann es euch sehr ans Herz legen. Probiert es einfach selber aus. Wie gesagt, mit meinem Rabattkont könnt ihr auch unheimlich viel sparen. Alle weiteren Informationen findet ihr unten in der Infobox. Und ich glaube, jetzt könnt ihr das auch deutlich erkennen, dass meine Haare ein bisschen kürzer geworden sind. Ich bin aber sehr, sehr happy damit. Und ja, ich liebe, was diese Produkte mit meinen Haaren anstellen. Die schauen wirklich wie neu geboren aus. Die glänzen schön. Und ja, ich liebe die. Ja, und hier zeige ich euch noch einmal das Endergebnis. Einmal vorher und nachher. Ich hoffe, dass mein Video hilfreich war. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder mal mit dabei wart. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bleibt mir unbedingt bis dahin gesund. Und hier rechts und links könnt ihr weitere Videos von mir anschauen. Ciao!